Lass uns zum vierten Beitrag gehen. Sehr viele soll ich Schluss machen. Du hast schon auf meinen Laptop gelost. Ja, Alter, wenn du den so hinstellst. Ja, die nächste Frage ist, ob die Person Schluss machen soll. Oh, schon wieder ein Schluss machen Thema. Ja, sorry, Urs. Also ist nicht schlimm, das ist dann halt einfach Community-Thema, should I break up? Ja, könnte man so sagen, ne? Ich, 23, und mein Freund, 22, sind seit über zwei Jahren zusammen. Er hat ein vierjähriges Kind. Mein Problem ist, mein Freund kümmert sich kaum um den Kleinen. Es wird nichts vorher eingekauft, wenn der Kleine kommt. Ich saß morgens immer allein mit seinem Kind bei Frühstück und er ist dann irgendwann aufgestanden. Wenn ich sauer deshalb war, hieß es, wenn du keine Lust auf ihn hast, geh nach Hause und nerv nicht. Ich kriege keine Unterstützung, was sein Kind betrifft. Er weiß es nicht zu schätzen, dass ich so viel für ihn tue. Ich bin auch immer sehr viel mit dem Kind unterwegs und mache schöne Ausflüge, wie zusammen in den Zoo gehen, schwimmen, in eine andere Stadt fahren und so weiter. Mein Freund hat da wenig Lust drauf und kommt dann auch meist nicht mit und muss arbeiten. Vor einigen Tagen habe ich ihn darauf angesprochen, wieso ich seit Wochen nicht angefasst werde, beziehungsweise eher seit Monaten. Vor der Beziehung lief das mit dem Sex richtig gut. Seit wir in der Beziehung sind, wurde es aber immer weniger. Ich musste fast schon drum betteln und wenn es darum ging, ihn zu befriedigen, ging ich danach meist leer aus. Er findet mich nicht mehr anziehend, hat er gesagt. Wir streiten gerade sehr viel und er sagt, es ist deshalb. Er sagt auch, dass es nicht an meinem Äußeren liegt, was für mich aber keinen Sinn macht, da ich über die Monate ca. 6-7 Kilo zugenommen habe, in Klammern, diese habe ich jetzt aber auch wieder runter. Ich und er wohnen nicht zusammen. Ich bin aber jeden Tag da, koche, einkaufe, wasche, putze, in Klammern, was er auch macht, aber da muss ich ihn zu auffordern. Er sagt, dass ich gerne die Wohnung verändern kann, aber zusammenziehen will er nicht. Ich will am liebsten raus aus der Beziehung. Ich habe das Gefühl, ich werde nur ausgenutzt und missverstanden. Seit zwei Wochen haben wir eher kaum bis keinen Kontakt mehr und ich habe ihm auch mehrmals gesagt, dass ich so nicht mehr kann. Er nimmt mich aber nicht ernst. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich eine starke Frau. Ich gehe Vollzeit in einem Pflegeheim arbeiten, habe einen Führerschein und kriege alles hin, während er sich jeden Tag die Birne vollkifft. Er selbst geht auch arbeiten, aber nach seiner Arbeit ist er immer so kaputt und man kann ihn echt danach liegen lassen, denn er ist dann für nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin auch eher die Taffere und er ist der Jammerlappen. Selbst bei der Erkältung tut er so, als wenn er im Sterben liegt. Soll ich Schluss machen? Ja, und die Begründung ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist eigentlich wie beim ersten Mal. Es ist zu viel Verantwortung. Es ist nicht, weil er ein Arsch ist. Es ist nicht, weil er nicht möchte oder nicht kann. Weil er überfordert ist, kann er nicht. Es ist zu viel Verantwortung. Kind, eine Beziehung, die dann auch vielleicht einnimmt. Du bist vielleicht als Partner fordernd, was nicht schlecht ist, sondern du bist so, hey, ich fordere Ordnung und ein bisschen Organisation und Planung. Und ein bisschen, ja, solche Sachen, ein bisschen auch Verbindlichkeit. Und das ist gut. Das ist sehr gut, das zu fordern. Wenn er es nicht geben kann, ist er damit nicht primär ein Arschloch oder ein schlechter Mensch. Er kann das vielleicht einfach nicht. Vielleicht ist es auch erst das Mindest 22. Das Kind hat er mit 18 bekommen. Ey, hätte ich ein Kind mit 18 bekommen? Warum Kopfschutz? Ich wäre so, für die Überforderung. Und ich wäre auch Jahre danach noch überfordert. Ich verstehe das irgendwie. Also das sehe ich irgendwie. Hört sich auch für mich sehr nach. Ich habe keinen Bock auf das Kind. Ist mir zu viel. Ist mir zu viel Verantwortung. Der macht das mit. Er will das machen, was ich mit 22 gemacht habe. Der will um 15 Uhr spätestens zu Hause sein. Genug Geld haben, um sich die neueste Konsole zu kaufen. und sich jeden Tag zwei Joints reinzuballern. So what? Das ist mit 22, glaube ich, etwas, was viele Menschen machen wollen. Einfach mal runterkommen, raus aus dem Elternhaus, chillen, ihr Ding machen. Und das kann er halt nicht. Ich finde es mega spannend, dass das dein Take ist, weil ich das irgendwie ganz anders sehe. Auf die Frage hin, soll ich Schluss machen, würde ich sagen, ich tue mich schwer damit, solche Empfehlungen auszusprechen, weil wir ja auch die andere Seite nicht sehen. Und ich finde, man sollte nie sofort zum Schluss machen raten. Aber jetzt in dem Punkt, sie sagt selbst, sie will raus aus der Beziehung. Und wenn du selbst schreibst, du willst raus aus der Beziehung, dann hast du dir die Antwort eigentlich selbst gegeben, finde ich. Was ihn angeht, finde ich es total krass, dass sie hier putzen, kochen muss, sich komplett um das Kind kümmert, obwohl sie beide arbeiten. Sie die Person ist, die Ausflüge mit dem Kind macht. Und da fehlen mir persönlich, ehrlich gesagt, komplett die Worte. Und ich habe das Gefühl, wenn sie sich trennt, sollte sie ihm aber auch auf jeden Fall ans Herz legen, dass er sich mal Hilfe sucht, weil so ein Kind ist halt auch Verantwortung. Und egal, wie alt du bist und egal, ob du Lust darauf hast, zu kiffen und zu zocken und dein Leben zu leben, wenn da halt ein Kind ist, das kannst du halt nicht einfach abstellen. Und da musst du halt leider Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, ja, da wäre es an ihm, sich da auch Unterstützung oder Hilfe zu suchen oder das Sorgerecht neu auszuhandeln oder was auch immer er braucht, damit man auch diesem Kind gerecht wird. Weil ich glaube, wenn sie jetzt einfach so weggeht und es alles so bleibt, ich jetzt nicht weiß, ob dieses Kind da glücklich ist. Also die Sorge um das Kind sollte dich nicht in diese Beziehung binden. Nee. Das ist schon mal wichtig. Ich meine, klar, es sollte ihr jetzt nicht nur um das Kind gehen, wenn sie geht. Das ist letzten Endes nicht ihr Kind und finde ich jetzt auch nicht zu 100 Prozent oder eigentlich gar nicht so wirklich ihre Verantwortung. So ist das mega nett, dass sie sich um dieses Kind gekümmert hat. Ja, richtiger Ehrenmove, by the way. Ja, also wirklich krass. Aber gleichzeitig auch, sie hat das Gefühl, sie wird nur ausgenutzt. Das kann ich so unterschreiben. Ich würde mich auch so fühlen in der Situation. Wenn ich mich um sein Kind kümmere, den ganzen Haushalt für ihn mache, alles mache, wasche, putze, koche, obwohl wir beide einen Job haben und beide ungefähr gleich alt sind. Also ich finde das total krass. Und sie sagt ja auch selbst so, hey, sie ist irgendwie so die Taffere. Und ja, ich glaube, man hat es immer in der Beziehung, dass einer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr antreibt und der andere mehr mitgeht. Aber ich glaube, wenn das halt so krass ist wie bei ihr, wo sie sich einfach komplett überfordert fühlt und einfach Arbeit, die auch nicht ihre sein sollte, an ihr hängen bleibt, dann, sag ich, ist es auch ein klares No-Go. Nee, absolut. Ich meine, das sehen wir uns ja auch bei uns auch so ein bisschen. Haben wir ja auch. Du bist ein bisschen mehr der treibende Part. Ich bin zwar spontaner und dadurch auch ein bisschen vielleicht ein paar Punkten treiben, aber du bist dann die treibende Sache bei den größeren Sachen, so bei den langfristigen Sachen. Und ich glaube, er wird es nicht verstehen, bevor du Schluss machst. Ich glaube, man braucht diesen krassen Klick. Ich glaube auch, um auch mal den Bogen zurückzuspannen, weil du ja auch gerade meintest, Oost, dass es bei uns auch manchmal so ist. Ich finde, der Unterschied bei uns ist halt aber, ja, vielleicht treibe ich manchmal mehr an, aber ich kann mich halt auch auf dich verlassen, dass du mitgehst. Also wenn ich dann sage, okay, wir gehen jetzt dieses Projekt an, dann weiß ich, dass Oost und ich am Wochenende zum Baumarkt fahren und er alles raussucht und er rumhändelt und macht und jenes. Und vielleicht treibe ich dann an, aber du führst auf jeden Fall aus und da kann ich mich halt drauf verlassen. Und ich glaube, wenn halt nur so ein antreibender Part ist und die andere Seite aber nicht da ist, dann wird es halt scheiße. Und das ist halt, glaube ich, hier so ein bisschen der Fall, weil es spricht nichts dagegen, die Taffere zu sein. Ich glaube, gerade in meinem Freundeskreis sind auch viele Frauen auch so ein bisschen die, die so ein bisschen mehr ziehen, sage ich mal. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Du brauchst halt einfach nur einen Partner, der mitmacht. Und das scheint er jetzt einfach nicht zu sein, würde ich sagen.